Jassalle, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Heute wieder ein Raph. Und schauen wir mal, wir sind ja beim letzten Mal hier an dieser Insel gestrandet, gelandet und ja, die werden wir doch mal erforschen. Jetzt gucken wir mal hier ins Inventar. Wir haben hier, okay, viel zu viel Mist, den wir eigentlich nicht mitnehmen möchten. Essen kann man mal mitnehmen, den Bauhammer, ja komm, habe ich hier keine Planken, doch hier habe ich noch 10 Planken. Den Haikopf setzen wir mal auf. Und dann gucken wir uns doch mal von vorne an. Sehr cool. Witzig. Aber, ey, nervt ja voll, wenn du da so ein Visier auf hast. Das braucht ja keiner. So, die trockenen Ziegel, die sind noch am, am Durchlaufen. So, wir brauchen nochmal ein Werkzeug. Was bräuchte man denn, für das bräuchte man, wie viel, 10 Planken und ein Seil für ein Holzsperr. Seile, haben wir noch irgendwo Seile gehabt? Ey, du blödes Vieh. Was war das hier? Okay, jetzt haben wir wieder Süßwasser. Oh, da liegt noch nicht fertiges Highsteak drauf. Habe ich jetzt dem Ding da Wasser gegeben? Hoffentlich. Ich habe keine Ahnung. Hey, hey, da ist mein Anker dran. Spinnstuhl. Geh weg. Hat er eine Macke? Aber mit rechter Maustaste kann man das sofort instant reparieren. Das ist nicht schlecht. So, bevor wir jetzt... Wie machen wir es? Gehen wir zuerst auf die Insel? Drei Seile. So, drei Seile. Hier keine Seile. Hier keine Seile. Wo war das? Hier waren Seile. Okay, wir haben nochmal einen zweiten Speer. Ja, dann können wir die Seile hier wegpacken. Meine Maus hängt ein bisschen so. Blätter auf. Dann kann das da rein. Der Speer. Kann mal da hin. Ja, das passt. So und so ist das Heistick jetzt durch. Jawohl. Das werden wir jetzt auch gleich mal essen. Und nochmal die Mangos leer. Das geht nämlich auch gleich trinken. Und dann schauen wir doch einfach mal, was uns auf der Insel erwartet. Kann man hier auch irgendwie schnell laufen. Kann ja auch automatisch laufen. Da läuft er ein bisschen schneller. Ich würde sagen, hier war die Höhle. Genau. Klappern wir unten ab. Ne, wir gehen gleich mal hoch, oder? Ja, komm. Wir gehen hoch. Nein, das wollte ich nicht. Mit Shift läuft er ein ganz kleines bisschen schneller. So, da haben wir neue Mangos. Mango Tango. Plankenhämmer. Mango Samen. Ja, wunderbar. Wir wollen ja auch zum Selbstversorger werden. Oh, der Beereaufen. Oh, oh, da ist ein... Ist, glaube ich, ein Gegner. Kann man die Tasse hier gedrückt halten? Ja, kann man. Da ist ein Wildschwein. Und da ist ein Vogel. Oh Gott. Macht der Vogel mir was? Und wenn ja, wie kann ich den Vogel besieden? Ey, der kommt. Ey, was? Ey, was? Warum? Ich habe denn doch gar nichts getan. Ah, hier waren wir ja beim letzten Mal schon. Kann man hier auch nichts in die Hand nehmen? Nee, hier geht nichts, ne? Ich habe mal in der eine Kiste gefunden. Hä? Hat der einen Huhn gehört? Habt ihr genauso wie ich gerade einen Huhn gehört? Hä? Hallo? Was ist das? Ich... Oh Gott. Erstmal angreifen. Komm her. Meine Maus! Junge, ich dreh noch durch. Wo ist jetzt das Ding? Oder kann man so eins... Kann man sowas fangen? Ich erwisch das doch niemals. Meine Maus! Ey! Okay, das wird wohl... Nicht klappen. Ich dreh jetzt noch durch mit meiner Maus, ne? Hier sind nochmal Mango-Tangos. Das ist gut. Hoffentlich lässt uns der Vogel in Ruhe. Wir werden hier auf jeden Fall das ganze Holz mitnehmen. Da kennen wir gar nichts. Die Planken sind ja extrem wichtig. Nein! So viel dazu. Was ist da? Was ist das? Hä? So viele Tiere. Hallo? Bleibt mal stehen. Kann ich euch töten? Hallo? Reklamer vielleicht? Es ist doch... Einmal getroffen. Oh Mann, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich jetzt das Lama jage. Komm, bleib jetzt stehen. Wo ist das jetzt hin? Es hat mich outplayed. Ah, leck mal am Arsch. Ich hoffe, der Vogel lässt mich in Ruhe. Ich will jetzt eigentlich zu dem Wildschwein. Und Holz abbauen will ich eigentlich ohne Ende. Und die Höhle finden, die ich vorhin von der anderen Seite so eventuell gesehen habe. Oha! Hallo? Okay, ich bin tot. Und jetzt? Aufgeben und wiederbeleben? Was ist das? Bin ich jetzt? Jetzt habe ich alles verloren, was ich dabei hatte, oder was? Anscheinend. Okay. Hi-oh! Und du klopst mir jetzt auch noch... Mh... Nice! Könnte ich das jetzt auch so stellen, dass das die ganze Zeit dagegen fährt, ohne wegzufahren? Ja, ich bin ja jetzt voll am Arsch. Ich habe hier wenig... Keine Planken. Kein... Hä? Ja. Ach so, ich bin gleich schon wieder tot. Ja, was mache ich jetzt? Hier ist nichts zu essen. Hier ist nichts zu essen. Ähm... Ähm... Haltseil, Planke, Bolzen habe ich nicht. Eine Planke und zwei Kunststoff. Müsse ich jetzt... Eine Planke und zwei Kunststoff. Ja gut, äh... Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wie das Segel so zu drehen. Hä? Ah, der... Der, 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 der... Der ist noch da. Aber das bringt mir ja dann auch nichts. Aldiweil? Ich habe keine Tasse mehr. Ich habe gar nichts mehr. Oh Gott, das... Und man verliert hier... Und der ergreift jetzt mein Floß an Wetten. Ja gut. Oh hier, hör mal. Zwei Planken und ein Kunststoff. Ist das jetzt euer Ernst? Okay. Wir haben wieder einen Haken. Let's go. Wir sind auf See. Der Wipfel steht in die Richtung. Nein. Warum fahren wir denn nicht schneller? Wir müssen da raus. Wir brauchen das. Also ich weiß nicht, was jetzt gleich wieder passiert. Nein! Und jetzt... Zum Glück habe ich die zwei Sachen noch gerettet. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Energie. Ich habe die da reingelegt. Warte, verarscht mich doch nicht. Hey! Ach so, ich habe es in... Natürlich habe ich es ins Inventar gelegt. Meine Maus triggert mich so hart. Aua! Ja, genau. Oh, Leck. Der hat mich jetzt gleich schon wieder am Mulo gemacht. Was hat man da drin? Steine, Kartoffeln. Und ein Seil. Und ein Geschenkpaket. Genau das ist das, was ich jetzt gerade im Moment brauche. Kann ich das auch irgendwie... ...schnell da rein machen? Nee, ne? Ja, komm. Fass. Komm. Ja, perfekt. Blanke. Schrott. Wir brauchen Kunststoff. Okay, okay. Dieses eine Raft, das holen wir uns noch. Gerade, dass wir von der riesigen Insel weg mussten, ohne wirklich was zu machen. Scheiße, was. So, jetzt kann ich doch hier meinen Kunststoffhaken schon bauen. So, und als nächstes... Nicht entfernen, eh, einziehen. Oh, komm schon. Geh weg. Ah, du Arsch. Inventar, zack, 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 wo war das hier? Waffen. Das haben wir schon wieder... Ein... Piss dich. Piss dich. Hab. So viel dazu. So, wo fahren wir denn jetzt lang? Da irgendwie? Ja, 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 wir haben ja jetzt schon wieder deine Tasse. So, Essen haben wir. Mal wieder. Danke. So, jetzt hoffe ich mal, bin ich... Was, wir können. Was ist denn das, einfacher Reiniger? Ja, den haben wir und den da brauchen wir Glas. Hau ab. Hau ab. Reicht das für das Fass? Ne, reicht nicht. So, das sollte doch jetzt aber reichen. So, was müssen wir dann bauen als nächstes? Lanken und Kunststoff, das war doch nicht schlecht. Ah, hör auf. Meine Maus triggert mich so hart, das darf doch wohl nicht wahr sein. Da ist ein Fessle. Achso, Hunger hat er, Bro. Vielleicht ist da ja was zu essen drinne, sieht nicht so aus. So, du kommst da hoch, du kommst da hoch, du kommst da hoch. Ach, ja, das hier ist auch voll, scheiß auf das. Hör auf. Deine. Nein, das nicht. Oh, oh, oh. Wie, ich hab's Salzwasser. So, jetzt ist die Kartoffel aber durch. Hat ein bisschen was geholfen. So, wir haben den Kunststoff da rein. Einfaches Rezept, Fisch eintoppt, okay. Wenn wir's nirgendwo dran machen, na, schade. Nun gut. Wir sind so halbwegs wieder aufgestellt. Die Folge ist eh schon wieder lang genug. Was können wir Palmsahnen kommen draufgeschissen? Wir müssen erstmal noch... Achso, Planken hätte ich ja da gehabt. Halt. Halt. Ja, was ist das? Ein Rochen. Krass. Da links ist ne Insel. Die werden wir ansteuern. Ich hoffe, ich hab... Die nötigen Materialien und so. Alter, jetzt aber... Diesmal nicht. So. Hau ab. So ein Bauhammer hab ich auch noch nicht. Wieder. Alles blöd, alles blöd. Okay, schon wieder Hunger und wir haben... Nichts, ne? Warum kann ich nicht ins Inventar? Hallo? Ah. Es sieht nicht gut aus... Um uns... Um uns... Mal sammeln. Diese Werkzeug. Da bräuchte ich drei Steine. Planken sind kein Problem. Und dieser Anker... Vier Steine. Ja, ist kein Problem. Da, Anker mal. Die Insel sieht nicht ganz so gefährlich aus. Irgendwie... Seile oder so brauchen wir, glaube ich, noch für diesen Anker. Sehr gut. Ein Paddel... Pff, ich weiß auch, das Paddel erstmal. Ich hoffe, auf der Insel gibt's irgendwelche Essensvorräte. Mann, das mit der Maus triggert mich so hart. So, wo haben wir den Anker? Den haben wir da. Ne, wir machen den besser mal noch nicht fest. Ach doch, wir machen den hier vorne fest. So, runter damit. Und dann... Oh je, Hunger und so. Würde ich sagen. Das war's erstmal. Ein bisschen am Ragen, ein bisschen verzweifelt. Verzeiht mir, aber... So scheint Raft anscheinend manchmal zu sein. Und dann... Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch den Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. 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 Ciao.